So Konrad, bist du bereit für deinen Sprung? Vertraust du dem dein Leben an, oder was? Sicher, du bist einfach okay. Ich bin hier von China, ich kann jumpen. Das ist ein bisschen bescheuert, merkst du schon, ne? Aber ich hab meinen Fall schon. Okay, dann bist du gleich im Flugzeug. Jo! Wir landen richtig! Yeah, Konrad! Jetzt wird man noch los, gleich geht's los. Schau mal, wir haben schon 1.000 Meter. 1.000 Meter haben wir jetzt. 3.000 brauchst du noch. Bist du bereit? Fühlst du dich noch gut? Nein. 2.000 Meter haben wir jetzt. Ja. Die Hälfte haben wir. Geht's denn auch gut? Nein. Gleich geht's los, oder? Die Spitze eingehakt, kann es losgehen, bei 3.000 Meter, bald geht es los. Die Spitze eingehakt, kann es los. Die Spitze eingeht, 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 kann es los. Die Spitze eingeht. Ja. Die Spitze eingeht, kann es los. 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 Die Spitze eingeht, kann es los.